So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich interagieren mit einem geheimen Briefkasten im Veping Woods. Ich werde euch das Ganze mal zeigen. Ich habe bei einigen jetzt rumgeguckt, wo die ganzen Briefkasten sich befinden. Ich würde sagen, das hier ist noch der simpelste, weil es halt einfach ein bisschen außerhalb ist. Und was wir brauchen, ganz ehrlich, ich weiß es nur nicht. Wir müssen einfach mal zusammen gucken. Wundert euch nicht mit wegen dem Skin. Alle, die ein bisschen aktiv in meinem Kanal sind, wissen ja, dass ich nette Zuschauer habe, nette Supporter. Deshalb benutze ich den Skin jetzt extra in dem Video, weil ich den eben erst frisch geschenkt bekommen habe. Auf jeden Fall, Grüße gehen da auch nochmal raus. So, jetzt müsste eigentlich genau da, wo ich markiert habe, müsste jetzt genau dieser Briefkasten sein. Ja, da sehen wir ihn schon neben dem Baum. Ich weiß jetzt selber noch nicht, ob wir irgendwelche Materialien brauchen oder so. Ich mache das Ganze halt im Solo-Modus. Ich denke mal, derzeit ist Solo-Modus. Mit dem Westen-Modus ist zwar alles ein bisschen schwieriger, aber wir gucken einfach und einfach interagieren. Zack, holen wir mal mit. Was kriegen wir dafür? Hä? Was kriegen wir denn dafür? Nix! Einfach, ah doch, 45. Habe ich die XP bekommen? So, alle, die jetzt aufgepasst haben, schreibt mal bitte in die Kommentare, habe ich meine XP bekommen oder nicht? Weil ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich hole jetzt nur kurz schnell noch die XP hier mit viel Pilze und so. Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob ich XP bekommen habe dafür oder nicht. Weil normalerweise wird es ja immer oben links angezeigt mit XP-Anzeige. So, hier noch schnell die Pilze mitholen. Also, wenn ihr Pilze essen wollt, hier ist eben mit so der beste Spot. Den habe ich echt immer so im Hinterkopf. Einmal hier und dann nochmal hier bei Weeping Wood. Warte mal, da ist das Holzfällerlager. Da. Da könnt ihr euch immer ganz entspannt Pilze nehmen. So, züttet man noch schnell ein, zwei Bäumchen an. Zack, kann man ja nie falsch machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, warst du es auch schon mit der Aufgabe. Ihr habt es gesehen, fliegt einfach dahin, einfach interagieren. Ja, ja, brenn doch nicht. Aha, noch schnell eine Tagesaufgabe mitgemacht. Level 61. Und in dem Sinne würde ich sagen, warst du es auch schon wieder mit dem Video. Gerne ein Like da lassen. Vergesst nicht zu kommentieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, wer jeder, der noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und jetzt aber, haut rein.